Chelsea White ist professionelle Fotografin und Mutter. Ihren jüngsten Spross präsentiert sie stolz bei Instagram. Harlan, im vergangenen November geboren, hat schon über 100.000 Abonnenten. Ein Grund? Dieses Video. Samt schwimmenden Nackenkissen planschen Harlan und Freundin Sierra in der Badewanne. Tausendfach wurde der niedliche Clip bereits geliked. Auch wenn es fraglich ist, ob man seine Sprösslinge derart im Netz präsentieren sollte, niedlich sind die Bilder und Videos allemal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017